Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute SCP-022 und wir gehen direkt ins Game rein und schauen was passiert. Ich muss mal ganz kurz raus tappen, damit ich den Sound ein bisschen höher stellen kann. So, müsste reichen. So, was? Ach du Scheiße, was ist das denn? Äh, da oben ist die Hand? Da auch? Was? Was muss ich hier machen? Äh, nein? Ich bin gestorben! Geil! Äh, okay. Neustarten. Also, ich muss wohl aus diesem Raum entkommen. Interessant. Aber wie? Das ist die Frage. Wie entkommen wir aus diesem Raum? So! So! Oh scheiße! Nein! Da verbrenne ich doch schon wieder! Ja, da waren wir wieder tot! Und gleich nochmal rein! Ich will hier rauskommen! Ich will das irgendwie schaffen! Los! Oh-ha! Scheiße! Ey, gib mein Holz wieder! Hey, wieso wird jetzt das auf dem Eis? Oh! Boah! What the fuck! Äh, ja! Okay! Ich will da rauskommen! Ich muss irgendwie das Wasserrohr da oben aufmachen, kaputt machen, keine Ahnung! Irgendwas muss ich damit anstellen! Ich weiß nur nicht genau was! Okay! 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 Warte mal, wenn ich es so fallen lassen, dann kann ich es auch auf dem Holzchen nach oben gehen, irgendwie. Ich kriege... Hä? Was wird das dort heiß? Ja, Wasserrohr, schön. Hallo? Hallo? Jetzt wird das Ding gleich heiß. Danke, Schau. Hallo? Ich will doch einfach nur da hoch. Jetzt wird das heiß. Hä? Jetzt kühlt der wieder ab. Okay, was jetzt? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Was? Herr? Oh! 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 Das war's. Jetzt verstehe ich das System. Komm fahr wieder rein Leiche und fang an zu kokeln. So und jetzt warten bis es explodiert und wieder raus. Alles klar, ja ich würde sagen, wir belassen es bei dieser Einfluss. Wer das Spiel spielen möchte, guckt bei Steam nach, da gibt es das Spiel gratis und ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Bis dann. Bis dann, bis dann.